Robert Habeck, ein berühmter deutscher Politiker und Schriftsteller, hat nicht nur aufgrund seiner politischen Karriere öffentliche Aufmerksamkeit erregt, sondern auch aufgrund seines beharrlichen Kampfes gegen Krebs. Schwerer Bauchspeicheldrüsenkrebs Robert Habeck wurde am 2. Juni 1969 in Lübeck geboren und wurde zum Symbol für Empathie und Ausdauer angesichts schwieriger Herausforderungen. Habeck ist vor allem für seine Führungsrolle in der Grünen Partei in Deutschland bekannt, wo er maßgeblich zur Gestaltung der Umwelt und nachhaltigen Entwicklungspolitik beitrug. Bevor er seine politische Karriere begann, leistete er bedeutende Beiträge in den Bereichen Kultur- und Kulturwissenschaften und verfasste zahlreiche berühmte Werke. Doch im Jahr 2021 wurde das Leben von Robert Habeck komplizierter, als bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Krebs, eine unangenehme und schwierige Krankheit, stellte seinen Willen und seine mentale Stärke auf die Probe. Trotz Schmerzen und gesundheitlichen Problemen nahm Robert Habeck weiterhin seine Verantwortung in Politik und Gesellschaft wahr. Bezeichnend ist, dass er nicht nur ein herausragender Politiker, sondern auch ein hervorragender Schriftsteller war. Habecks literarische Werke sind oft von einem humanistischen Geist durchdrungen und spiegeln die tiefe Sorge um soziale, ökologische und menschliche Belange wider. Seine Arbeit ist nicht nur eine Quelle der Inspiration für die Leser, sondern für ihn auch eine Möglichkeit, seine Begeisterung und Vision für eine bessere Zukunft zu teilen. Bevor seine Krankheit ernst wurde, nahm Habeck regelmäßig an politischen Veranstaltungen und Aktivitäten teil und versuchte stets, die Grünen und die Gemeinschaft auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und einer gerechten Gesellschaft zu führen. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, musste er seine politischen Aktivitäten einschränken und sich auf die Behandlung und Genesung konzentrieren. Robert Habecks Widerstandskraft hat ihn zu einer Ikone für Menschen gemacht, die mit schweren Krankheiten zu kämpfen haben. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Politiker und Schriftsteller, sondern auch ein Held von spiritueller Stärke, eine Quelle der Ermutigung für diejenigen, die im Leben vor schwierigen Herausforderungen stehen. Im Kontext einer turbulenten Welt leistet Robert Habeck weiterhin seinen Beitrag für Gesellschaft und Politik, indem er Inspiration und eine Botschaft der Beharrlichkeit, des Glaubens an die Zukunft und der Entschlossenheit, sich allen Herausforderungen zu stellen, liefert. Sein Überleben und sein fortgesetzter Kampf sind ein klares Beispiel für starken Willen und Mut angesichts von Schwierigkeiten. Im Jahr 2009 bewies Robert Habeck seine herausragenden Leistungen, als er in den schleswig-holsteinischen Landtag gewählt wurde und gleichzeitig Abgeordneter der Grünen und Vorsitzender der Körperschaft wurde. Seine politische Karriere entwickelte sich in den folgenden Jahren stark weiter, da er kontinuierlich an Wahlen teilnahm und eine wichtige Rolle in seiner politischen Partei spielte. Sowohl bei der vorgezogenen Neuwahl 2012 als auch bei der Bundestagswahl 2017 entschied sich Robert Habeck, als Spitzenkandidat der Grünen anzutreten. Seine Investition und sein Engagement werden dadurch unter Beweis gestellt, dass er von 2012 bis 2018 die Positionen des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Ministers für Energierevolution, Landwirtschaft, Umwelt und Natur innehatte. Herausragend während seiner Amtszeit. Dies ist eine starke digitale Transformation seit 2017, insbesondere in den Bereichen Umwelt und Energie. Nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen im Jahr 2018 beschloss Robert Habeck, sein Amt als Minister niederzulegen, um sich voll und ganz auf seine neue Aufgabe zu konzentrieren. Diese Entscheidung war ein wichtiger Schritt und zeigte seine Bedeutung in der Bundespolitik. Die Bundestagswahl 2021 stellt weiterhin einen wichtigen Meilenstein in der Karriere von Robert Habeck dar, da er mit 28,1 Prozent der Erststimmen das Direktwahlrecht für seinen Bezirk Flensburg, Schleswig, errang. Dies war nicht nur ein persönlicher Sieg, sondern auch ein klarer Beweis der Unterstützung der Gemeinschaft für seine Politik und Führung. Robert Habeck war nicht nur ein hervorragender Politiker, sondern auch mit den politischen Realisten der Grünen verbunden. Sein tiefes Verständnis für Umweltthemen, Energie und die digitale Revolution haben ihn zu einer wichtigen Persönlichkeit in der deutschen Partei und Politik gemacht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Robert Habecks politische Karriere von 2009 bis heute eine beeindruckende Reise war, die von Engagement, Hingabe und einem tiefen Verständnis für die aktuellen Herausforderungen geprägt war. Er ist nicht nur ein einflussreicher Politiker, sondern auch ein vielversprechender Anführer für die Zukunft Deutschlands in einem sich schnell verändernden Welt. Ihre Erfahrungen lehrten sie, Empathie für die Kämpfe anderer zu entwickeln und sie widmete sich später vermehrt sozialen und humanitären Aktivitäten, um anderen zu helfen, denen es ähnlicher ging. Im Schlussabschnitt dieses Videos möchten wir Sie dazu ermutigen, weiterhin über das Leben und die Karriere der talentierten Schauspielerin Senta Berger zu erfahren. Ihre faszinierende Geschichte ist nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern auch ein Fenster in die Welt des Films und der Unterhaltung. Wenn Sie mehr über Senta Berger und andere herausragende Persönlichkeiten erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie über unsere neuesten Artikel und Geschichten auf dem Laufenden. Wir freuen uns darauf, Sie auf dieser Reise durch die Welt des Films und der Kultur begleiten zu dürfen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Das Leben und das traurige Ende von Oskar Werner Oskar Werner, einer der herausragendsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts, führte ein Leben, das von tragischen Höhen und Tiefen geprägt war. In diesem Video werden wir uns eingehend mit seiner faszinierenden Karriere, seinen persönlichen Herausforderungen und seinem unvergesslichen Vermächtnis beschäftigen. In seiner Kindheit und seinen früheren Jahren war Oskar Werner von einer außergewöhnlichen Neugier und Leidenschaft für die Schauspielerei geprägt. Er wurde am 13. November 1922 in Wien, Österreich geboren und wuchs in einer Familie auf, die ihm die Künste näher brachte. Schon früh zeigte sich sein Interesse am Theater und an der Schauspielkunst. Seine Eltern ermutigten ihn, seine künstlerischen Neigungen zu verfolgen und so begann er seine Schauspielausbildung an der renommierten Max-Reinhard-Schule in Wien. Dort wurde schnell klar, dass er ein außergewöhnliches Talent für die Bühne besaß. Seine Lehrer erkannten sein Potenzial und förderten seine Fähigkeiten. Während seiner Ausbildung an der Max-Reinhard-Schule konnte Oskar Werner sein Schauspielerisches Können weiterentwickeln. Er studierte die Werke großer Dramatiker wie Shakespeare und Goethe und lernte, in verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Seine Brünenpräsenz und sein emotionales Spiel beeindruckten nicht nur seine Lehrer, sondern auch seine Mitschüler. Es war in dieser Zeit, dass er seine Leidenschaft für die Theaterbühne entdeckte und sich fest entschloss, seine Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Seine Kindheitsträume wurden Wirklichkeit, als er seine ersten Schritte auf der Bühne des Burgtheaters in Wien machte. Nach Abschluss seiner Schauspielausbildung an der Max-Reinhard-Schule begann Oskar Werner seine professionelle Laufbahn am renommierten Burgtheater in Wien. Dort erhielt er die Möglichkeit, in einer Vielzahl von klassischen Stücken aufzutreten. Seine herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten und sein tiefes Verständnis für die Charaktere machten ihm schnell zu einem Publikumsliebling. Es waren insbesondere seine Darstellungen in den Werken von Shakespeare wie Hamlet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017